... auftauchen. Das müssen sie. Und wenn sie es tun... Bam! Dann werde ich zuerst davon erfahren. Also, was sagst du? Zaubere ich dir damit ein Lächeln ins Gesicht? Na, Ray? Ich war kurz davor, den letzten Küberschwertkristall zu kriegen. Doch dann hat... Rowan Freemaker mich angelegt! Wisst ihr was? Wir sollten Na, Ray, ein wenig Zeit für sich allein geben. Yep! Oh ja! Aber sowas von...